Nachdenkseiten Die kritische Website Nicaragua will Deutschland wegen Beihilfe zum Genozid in Gaza vor IGH in Den Haag anklagen Von Florian Warwick Nicaragua hat nach eigener Darstellung erste Schritte eingeleitet, um Deutschland und drei weitere Länder vor dem internationalen Gerichtshof IGH in Den Haag zur Rechenschaft zu ziehen. Begründet wird dies mit Komplizenschaft bei den flagranten und systematischen Verstößen gegen das Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, das humanitäre Völkerrecht und das Besatzungsrecht in den besetzten palästinensischen Gebieten, insbesondere im Gazastreifen. In diesem Zusammenhang hat die nicaraguanische Regierung Deutschland auch eine Verbalnote mit der Aufforderung zukommen lassen, unverzüglich die Lieferung von Waffen, Munition und Technologiekomponenten an Israel einzustellen, um so weitere potenzielle Verstöße gegen die Völkermordkonvention zu verhindern. Die Nachdenkseiten fragten diesbezüglich auf der Bundespressekonferenz nach. Nach den O-Tönen erhalten sie Informationen zum Hintergrund. Nicaragua hat nach eigener Darstellung am Montag erste Schritte eingeleitet, um Deutschland, die Niederlande, Großbritannien und Kanada vor dem IGH zur Verantwortung zu ziehen wegen Komplizenschaft, oder mutmaßlicher Komplizenschaft bei der tausendfachen Tötung von palästinensischen Zivilisten. Gleichzeitig haben sie in einem offiziellen Kommunikator erklärt, dass sie Deutschland eine Verbalnote geschickt haben, in dem Deutschland aufgefordert wird, sofort Munition, Waffen und Technologiekomponenten, also diese Lieferung nach Israel einzustellen, um so potenzielle Verstöße gegen die Völkermordkonvention zu verhindern. Da würde mich interessieren, können Sie a. den Eingang dieser Verbalnote bestätigen und b. würde mich interessieren, wie gedenkt denn Deutschland, auf diese dargelegten Schritte Nicaraguas zu reagieren? Vielen Dank, Herr Wawik, für Ihre Frage. Also wir haben Kenntnis von einer Pressemitteilung. Weitere Schritte darüber hinaus, die Sie andeuten, kann ich hier nicht bestätigen. Und darüber hinaus weisen wir natürlich entsprechend Inhalte der Pressemitteilung zurück. Kurze Nachfrage. Zum einen habe ich Sie richtig verstanden, dass es diese Verbalnote nicht bis ins Auswärtige Amt geschafft hat. Dann hätte ich aber trotzdem noch mal eine Frage, weil in dieser Verbalnote argumentiert Nicaragua ja, dass es plausibel sei, dass die unter anderem von Deutschland und Israel gelieferten Waffen, ich zitiere ganz kurz, zur Erleichterung oder Begehung von Verstößen gegen die Völkermordkonvention einschließlich Beihilfe zum Völkermord verwendet werden. Vor dem Hintergrund, dass der IGH ja zum großen Teil das Gesuch Südafrikas angenommen hat, würde mich interessieren, wie Sie diesen Vorwurf Nicaraguas entkräften wollen. Also Herr Wawik, Sie machen jetzt sehr viele Prämissen in einer Kette in Ihrer Frage oder sagen wir mal in Ihrer Stellungnahme. Das ist kein Stängel, ich habe gefragt. Vielleicht geht es genau in Ihrer Ansprache. Wenn ich mich da mal einschalten darf, weil ich ja hier die Sitzungsleitung habe, der Redeanteil, den Sie hatten, da war der Frageanteil relativ kurz und der Einführungsanteil relativ lang. Und ich glaube, das wissen Sie auch ganz gut. Und das ist eigentlich hier im Interesse der Kollegen, die hier Fragen stellen, hält das eben relativ lange auf. Bitte, Sie haben das Wort. Genau, in dem Sinne hatte ich Ihre Frage eigentlich auch schon beantwortet. Wir kennen die Pressemitteilung. Alles Weitere ist nicht bekannt und wir haben gar keinen Anlass, entsprechend dies weiter zu kommentieren. Wir weisen die Inhalte der Pressemitteilung zurück. Die Verband haben Sie noch nicht angekommen. Ich habe Ihre Frage jetzt zweimal beantwortet. Hintergrund Am 1. Februar 2024 veröffentlichte die Regierung des mittelamerikanischen Landes, die bereits 1984 eine Klage gegen die USA vor dem IGH wegen des von den USA initiierten und finanzierten Kontrakrieges mit Abertausenden von ermordeten Zivilisten sowie der Verminung seiner Seehäfen ein Kommuniqué mit der Überschrift Verhinderung und Beendigung des Völkermordes in Palästina. Darin heißt es gleich zu Beginn, Die Regierung der Versöhnung und der nationalen Einheit teilt dem nicaraguanischen Volk und der internationalen Gemeinschaft mit, dass sie die Regierungen des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, der Niederlande und Kanadas von ihrer Entscheidung in Kenntnis gesetzt hat, sie nach dem Völkerrecht für grobe und systematische Verstöße gegen die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, das humanitäre Völkerrecht und das Gewohnheitsrecht einschließlich des Besatzungsrechts in den besetzten palästinensischen Gebieten, insbesondere im Gazastreifen, zur Rechenschaft zu ziehen. Zitat Ende Darüber hinaus weist Nicaragua in der Erklärung darauf hin, dass die jüngsten Ankündigungen Deutschlands und der drei anderen Länder, die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, auszusetzen, ein weiterer Beweis dafür seien, dass die Regierungen des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, der Niederlande und Kanadas in der gegenwärtigen Situation weiterhin ihre Verpflichtungen ignorieren und Israels Verstöße gegen die Normen des Völkerrechts zum schweren und unmittelbaren Schaden des palästinensischen Volkes, insbesondere der Bewohner des Gazastreifens, aktiv unterstützen. Weiter wird in der offiziellen Erklärung ausgeführt, dass die Form der kollektiven Bestrafung der Palästinenser mit dem offensichtlichen Ziel verbunden sei, die palästinensische Bevölkerung zum Verlassen der besetzten palästinensischen Gebiete, insbesondere des Gazastreifens, zu zwingen und sie an der Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung zu hindern. Anschließend heißt es in dem Kommuniqué, Am 5. Februar erklärte die Regierung in Managua dann, dass sie an diesem Tag erste Schritte eingeleitet hätte, um Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Kanada vor dem internationalen Gerichtshof IGH zu verklagen. Am 6. Februar berichtete die offizielle Vertretung Palästinas vor den Vereinten Nationen über die Pläne Nicaraguas. Die mediale Reaktion Schweigen in Deutschland? Ausführliche Berichterstattung im Rest der Welt. Auffällig ist in diesem Kontext die unterschiedliche mediale Reaktion. Medien im arabischen Raum berichteten ausführlich über die Ankündigungen Nicaraguas. Auch in Lateinamerika wurde ausführlich darüber berichtet, ebenso in spanischen und schweizerischen Medien. So berichtete etwa die öffentlich-rechtliche schweizerische Nachrichten- und Informationsplattform Swiss Info unter der Überschrift Nicaragua beschuldigt Kanada, Deutschland, die Niederlande und Großbritannien des Völkermords in Gaza über den Fall. In Spanien veröffentlichte beispielsweise die Tageszeitung Publico einen Artikel mit dem Titel Nicaragua verklagt Kanada, Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich vor dem internationalen Gerichtshof wegen Unterstützung des palästinensischen Völkermordes. Auch die staatliche spanische Nachrichtenagentur EFE nach AP, AFP und Reuters, die viertgrößte der Welt, berichtete ausführlich, ganz im Gegensatz zum deutschen Äquivalent der DPA. Doch die DPA steht in Deutschland mit ihrer Politik des Ignorierens nicht allein. Im Gegenteil, in keinem deutschen Leitmedium zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lässt sich ein Verweis darauf finden, dass ein Land aus dem globalen Süden Deutschland vor dem IGH wegen mutmaßlicher Beihilfe zum Genozid verklagen will. Egal, wie man den Schritt der Regierung unter Daniel Ortega auch bewertet, aber diesen Vorgang komplett zu verschweigen, verträgt sich kaum mit dem journalistischen Anspruch, seine Leserschaft umfassend zu informieren. Noch eklatanter wird das Versuchte ignorieren angesichts der aufgezeigten Berichterstattung dazu im Rest der Welt. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.